Eher weniger, sehr lange Ballwechsel. Der bessere Start hier. Das war ein sehr starker Ball. Bisschen Glück dabei. Da hatte er zu wenig Erfolgserlebnisse, um den mal zu zeigen. Eher selten, ne? All diese Sachen sind wichtig im Doppel. Tief durch vor seinem Aufschlag. Und da ist das 10 zu 10. Das war ein sehr starker Ball. Das war ein sehr starker Ball. Und 10 zu 4. Werder war eigentlich im weiteren Kampf um die Playoff-Plätze. Toller Ballwechsel. Toller Ballwechsel. Toller Ball. 5 zu 1. Aufschlag. Gustavo zu Boy. Und da ist es. S vor Werder Bremen. Es schlägt. Saarbrücken. 3 zu 2. Die Freude ist groß hier in der Halle. Obwohl es für Werder Bremen natürlich gar nicht um ganz so viel geht bei dem aktuellen Tabellen.